Hallo bei Wildpflanzen TV. Und heute geht es selbstverständlich nicht um die Wurst, sondern um die Möhre. Um genauer zu sein, um die wilde Möhre. Ja, und diese habe ich zufällig hier entdeckt, auf knapp über 1000 Meter, hier im Schwarzwald. Und zwar, als ich beim letzten Survival-Kurs abends vor lauter Furcht vor der nächtlichen Kälte hin und her geschlendert bin, auf einem Forstweg, sah ich so am Rande etwas herausschimmern, was mich an Möhrenkraut erinnerte. Vielleicht kennst du das, wenn du im Supermarkt bist und diese frischen Möhren kaufst, am Bund und oben, dieses viele Grün dran ist. Wenn du es auf dem Markt kaufst, dann fragt die Verkäuferin meistens, soll ich das Grün abschneiden? Und genau das Grün ist das, was wir uns einprägen sollten hier draußen, wenn wir die wilde Möhre finden möchten. Bei mir ist diese Plattform abgespeichert und ich werde sie dir gleich zeigen. Ja, um die Möhre jetzt ausgraben zu können, brauchen wir natürlich noch einen Grabestock. Jetzt ist Herbst, die Wurzelzeit und da werden wir uns in den kommenden Folgen auch etwas mehr mit den Wurzeln beschäftigen. Und ich würde sagen, gehen wir los zu der Perle der Erde, der weißen Perle der wilden Möhre. Den Grabestock schnitze ich mir aus einem Stück Hartholz. Hartholzer sind zum Beispiel die Esche, Haselnuss oder die Eberesche, so wie dieses Stämmchen hier, was man leicht an den Punkten auf der Rinde erkennen kann, ähnlich wie bei der Haselnuss. Für solche Schnitzarbeiten nehme ich am liebsten mein kleines Schweizer Taschenmesser her, denn es hat eine Säge, eine, so scheint es immer, während scharf bleibende Klinge. Und es ist klein und praktisch, passt in meine Hosentasche oder in diese schöne Seitentasche aus Leder. Ja, das Schnitzen sieht wie folgt aus. Ich habe also diesen ungefähr unterarmlangen Stock hier in einer dicke, ich denke mal der Durchmesser dürfte hier circa zweieinhalb bis drei Zentimeter sein. Und dann schnitze ich mir den unten an wie ein Spaten, denn diese Seite dringt in die Erde hinein und hebelt dann die Erdschollen beiseite und später hebelt es auch die Wurzel mit hinaus. Hinten habe ich so ein Griffstück, so eine Halterung, die braucht jetzt nicht unbedingt verziert sein. Ich schnitze ganz gerne und habe hier solche kleinen, eine kleine Verzierung reingemacht. Ja, und dann kann es auch schon losgehen mit dem Ausgraben der Wurzel. Ja, kommen wir wieder zurück zur Pflanze. Und ja, jetzt hier an dieser Stelle, ich kann die Möhre nur an den Blättern erkennen. Sie blüht hier nicht, sie hat hier keinen Pflanzenstängel, der nach oben gewachsen ist und oben die Blüte drauf ist. Dann wäre es leicht, die wilde Möhre zu erkennen. Nämlich die Blüte hat in der Mitte einen schwarzen Punkt. Wird auch Mohrenblüte genannt. Und ja, man vermutet, dass dieser schwarze Punkt eine Fliege vortäuschen soll, weil die Fliegen gerne da landen, wo schon andere Fliegen sind und die helfen der Pflanze wieder beim Bestäuben. Und ja, und das, auch das Charakteristische ist, da könntest du auch drauf achten, diese Blüte der Möhre, die geht oben zu wie so ein Korb, wenn sie verblüht ist. Und wenn man so einen alten Bestand hat von verblühten, wilden Möhren, dann kann man das sehr leicht erkennen, weil alle Blüten so nach oben hin wieder geschlossen sind. Sieht sehr interessant aus. Aber jetzt hier am Wegesrand hat es eben keine Blüten und es macht jetzt für mich keinen Sinn, mich mit den Blüten zu beschäftigen. Mein Hauptaugenmerk liegt auf den Blättern eben. Und ja, die sollte man sich ganz, ganz genau anschauen und auch gut einprägen. Wie gesagt, es gibt eben auch giftige Arten unter den Doltenblütern, Blütenlern, gefleckter Schierling zum Beispiel. Ja, da sollte man auf jeden Fall die Unterscheidungsmerkmale kennen. Jetzt bei dieser wilden Möhre, das sind also schöne gefiederte Blätter und hier dieser Stängel, der hat eine Rille hier. Unten ist der Stiel am Ansatz hier so leicht rötlich, hat eine leicht rötliche Färbung. Und wenn man die Blätter etwas zwischen den Fingern zerreibt, dann riecht es auch schon nach Möhre. Der gefleckte Schierling zum Beispiel, der stinkt nach Katzen, nach Mäuseurin. Ja, ich habe es selber noch nicht gerochen, aber ich kann es mir gut vorstellen. Der stinkt einfach. Da ist ein Stoff drin, der für diesen Gestank, für diesen Uringestank verantwortlich ist. Und es ist schon mal sehr gut. Man kann also auch am Geruch etwas unterscheiden. Und es riecht also sehr angenehm, die Pflanze hier. Und ja, das ist, also ich bin mir ganz sicher, dass es eine Möhre ist. Ja, und jetzt zeige ich dir, wie man die Wurzeln ausgräbt. Die Möhre liebt einen sandigen Boden. Sie ist sehr anspruchslos. So einen kalkhaltigen, sandigen Boden, so wie hier. Und der ist ja meist an Wegesrennen gegeben. Da kann man diese Pflanze finden. Ja, und zum Ausgraben, da mache ich mir einfach hier außenrum so einen kleinen Vorhof, sage ich mal. Ich ratze mir hier etwas die Erde frei. Und so lange, bis ich den Ansatz der Wurzel finde, weil hier sind ja die Blätter. Und ich möchte einfach mal die Wurzel spüren, den Anfang greifen der Wurzel. Dann kann ich auch etwas mit dem Finger die Wachstumsrichtung der Wurzel spüren. Weil manche Wurzeln, die wachsen nicht gerade runter die Erde. Es kann sein, da ist ein Stein und wächst die Wurzel plötzlich so. Und jetzt grabe ich in die Tiefe und grabe an der Wurzel vorbei. Dabei wächst sie etwas schräg oder seitlich. Also werde ich erstmal mich langsam an die Wurzel herantasten. Und da ist sie schon. Wunderschön. Alles duftet nach Erde und nach Möhre. Und das Ausgraben nach so einer Wurzel hat auch schon fast etwas Philosophisches, etwas Schamanisches. Da habe ich auch einmal ein Video dazu gemacht, wo ich die wilde Pastinake ausgegraben habe. Und wie immer findest du den Link unten in der Infobox oder unten jetzt am Bildrand. Und da kannst du dir dieses Video einmal anschauen. Da spreche ich über die, wie der eine Schamane das macht. Der lässt seine Leute die Wurzeln ausgraben. Warum? Das erzähle ich ja dann im Video. So, jetzt arbeite ich mich hier langsam Stück für Stück an die Wurzel heran. Und ich kann jetzt auch schon mit dem Spaten mal versuchen hier reinzustechen und zu hebeln. Ja, es ist ein sehr steiniger Boden. Ich muss also vorsichtig arbeiten. Aber wir haben ja hier in der Natur zum Glück viel Zeit. So. Dann klopfe ich die Erde etwas ab. Guckt mir mal das Ganze hier an. Schön verwachsen. Super. Ja, ich werde mir jetzt mehrere Möhren ausgraben. Meine Frau und die Kinder wollen auch welche essen. Und das sind sehr, sehr gute Möhren. Ich werde es dir gleich zeigen. Ich werde da reinbeißen und du wirst sehen. Die sind knackig und gar nicht holzig, wie ich sie sonst so kenne. Das sind ganz, ganz tolle Möhren. Und wie du siehst, das sind Pfahlwurzler. Eine wunderschöne Ausbeute. So wenig Grün hier oben dran. Und das hier sind diese Möhren. Und ja, das sind für mich einfach kleine Kraftpakete aus der Natur. Diese Möhre, die enthält sehr, sehr viele Vitamine. Ja, man muss auch dazu sagen, alles, was aus der Natur kommt, was jetzt hier draußen wächst, das muss stärker sein. Und das ist robuster, was ihr draußen wächst, weil hier gibt es keine künstlichen Hilfsmittel, sage ich mal. Die Möhre ist hier nicht auf einem Beet gewachsen und wurde gehegt und gepflegt, sondern sie war auf sich alleine gestellt. Von klein auf an. Das heißt, der Same musste schon was taugen von dieser Möhrenpflanze. Dann musste sie hier auf dem Boden erstmal kleine Wurzeln, erstmal keimen schon. Das war schon die erste Sache, wo diese Moorrübe hinter sich hat. Allein schon das Keimen. Und als nächstes dann den Weg finden in die Erde rein. Und das hat die Möhre alles hinter sich. Und ja, sie strotzt vor Kraft. So kann man das sagen. Diese Pflanze strotzt vor Kraft, weil sie auf sich selber gestellt war. Und ja, gesund ist, wenn die Pflanze krank wäre, dann geht sie hier draußen sehr schnell zugrunde. Und hier hat es einen langen Winter auch im Schwarzwald. Also die hat schon ganz schön was hinter sich. Schau dir das einmal an. Prachtexemplare, absolute Prachtexemplare. Sehr, sehr große Blätter. Das ist schon fast wie im Gewächshaus. Oder wie jetzt in einem, wie nennt man das, Kulturgarten. So große Blätter hier. Wow, ich bin absolut begeistert. Ja, und jetzt habe ich hier einige Wurzeln ausgegraben. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehe ich zu einem Bach hin, wasche die Wurzeln mal. Dann gucken wir uns nochmal die ganz genau an. Ich werde ein paar Essen probieren, die beschreiben, wie die schmeckt. Ja, also Wurzeln waschen würde ich sagen. Ich reibe jetzt einfach die Wurzeln über die Steine des Bachbets und reibe so die Erde ab. Wunderbar. Ein schöner Steinfilz. So, jetzt sind die Möhren schön sauber und jetzt werde ich eine kosten. Wie man sehen kann, ist also ganz weiß innen drin und kaum holzig, aber sehr, sehr stark im Geschmack. Sehr bitter natürlich, denn in unserem Kulturgemüse, da wurden die Bitterstoffe entzogen. So süß, sauer, salzig ist übrig geblieben in unserer Nahrung. Hauptsächlich viel süß, süß. Und ja, man kann sagen, grundsätzlich fehlen in unserem Körper die Bitterstoffe. Ich habe auch gelesen, dass früher die Magensäure stärker war, aufgrund der Bitterstoffe und wir die Nahrung leichter verdauen konnten. Mh, sehr köstlich. Also sehr zu empfehlen. Diese wilde Möhre kann ich nur ans Herz legen. Wie gesagt, das frische Grün sich einmal anschauen im Supermarkt bei den Buntmöhren und dann rausgehen in die Natur und versuchen, die wilde Möhre zu finden. Wie gesagt, sie wächst oft Wiesen, sie ist sehr anspruchslos, auch gerne sandige Böden. So am Wegesrand kann man sie finden. Ja, und dann mit einem Grabestock ausgraben und dann genießen. In dem Sinne wünsche ich viel Freude in der Natur, viel Spaß mit den Wildpflanzen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüssli. Das Schaumkraut wächst in Gräben, Bächen oder Quellen, so wie hier. Was als erstes auffällt ist, dass die Pflanze höher aus dem Wasser heraus wächst als die anderen Pflanzen. Die Suppe sollte eine Sämlikonsistenz haben. Füge dann die gehackten Schaumkrautblätter hinzu.